Hallo und Grüß Gott, mein Name ist Matthias Strasser, wir sind heute hier zu Gast bei unserem italienischen Händler Amaria Fontana und heute präsentiere ich Ihnen unser neues Geradezug-Repetiersystem Strasser RS14. RS14, geradezug-Repetierer, mit Sicherungsschieber, öffnen, schließen, abziehen. Wenn geöffnet ist, können Sie zum Beispiel die Sicherung schon betätigen und schließen, bleibt sicher. Zum Entsichern auf den Knopf drücken und nach oben schieben. Kombinierter Abzug, Direktabzug und Rückstecher. Wenn ich den Verschluss herausnehme, komme ich zu meiner Abzugsgruppe, indem ich den Hebel nach hinten bewege. Nun befindet sich in der Abzugsgruppe ein kleiner Imbusschlüssel. Dieses Werkzeug nun öffne ich mit dem kleinen Imbusschlüssel den Vorderschaft, nehme ihn hier runter und im Vorderschaft befindet sich nun mein Werkzeug, mit dem ich den Laufwechsel öffnen kann. Ich mache hier auf, Verschluss nach hinten oder aus der Waffe herausnehmen und bewege den Lauf weg von der Waffe. Beideitig befindet sich hier ein Magazinknopf, Magnum 2 Plus 1, Standard 3 Plus 1 und für Riegeljagden haben wir Drückgörg-Magazine. Bei unserem Abzug kann ich ohne Werkzeug drei verschiedene Abzugsgewichte für den Direktabzug einstellen. Schwer, mittel und leicht. Zusätzlich gibt es einen französischen Stecher, welchen Sie auch hier fein einstellen können. Ganz einfach schließen, gebe das Werkzeug in den Vorderschaft hinein, Vorderschaft raufgesteckt. Mit meinem Werkzeug befestige ich wieder den Vorderschaft. Nun verstecke ich meinen kleinen Imbusschlüssel in der Abzugskanitur, Abzugskanitur hinein, Magazin. Bei der RS-14 gibt es drei verschiedene Kalibergruppen, Mini, Standard und Magnum. Wenn Sie von einer Gruppe zur anderen wechseln, würden Sie nur den Kopf wechseln. Unsere eigene Strassermontage, Drei-Kugel-Sitzmontage mit dem Bionettverschluss in der Mitte, ist wiederholgenau. Aufsetzen, schließen. Aufsetzen und wieder schließen. Das ist die neue Strassermontage RS-14. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wiederschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.